herzlich willkommen im september der september leute das letzte drittel im börsenjahr 2023 ein und das nehmen wir uns zum anlass mal auf drei spannende aktien zu schauen die wir uns zumindest mal für monat september auf die wards packen wir gucken uns die aktien an auch mit kauf limits das war ein wunsch aus dem letzten teil für das letzte video nicht gesehen hast von den aktien im august kannst aber im nachhinein gerne mal vorbeischauen die aktien selbst ja haben eine kleine differenz zu unserem kauf limit könnten daher auch über das börsenjahr 2023 hinaus weiterhin interessant sein und die letzte aktie hat die höchste dividende granite und ist für uns generell auch die interessanteste an der stelle da monats anfang ist auch herzlich willkommen simon simon ist einer der ersten millionäre bei uns auf dem kanal gewesen wenn du jetzt wunderst wer ist simon warum ist der millionär dann klick so unter dem video auf den bereich mitglied werden und guckst die verschiedenen vorteile an die simon auch aktuell schon genießen kann damit du siehst im hintergrund minus 1,83 prozent das ist die performance die wir zum stand des videos sprich ende august haben das ist nicht unbedingt gut aber historisch für den august der wundert uns das nicht unbedingt damit fangen wir direkt an starten mit der ersten aktie es ist die nike aktie ja wer ist nike das müssen wir wahrscheinlich nicht mehr erklären nike ist die größte sportschuhe und bekleidungsmarke der welt mit einem börsenwert von 182 milliarden euro definitiv ein dickschiff aus dem land like kommt aus den usa würden wir dem zyklischen konsum zuordnen hat ungefähr 80 bis 85.000 mitarbeiter und macht sportbekleidung sportausrüstung in verschiedenen bereichen sei es running also schuhe zum beispiel sportbekleidung generell fußball basketball gehören mit dazu und hat hier auch eine dreistellige anzahl an sport mode fabriken das mal kurz zum unternehmen warum haben wir nike jetzt auf der watchlist dazu springen wir mal hier in den monatschart rein und wir sehen schon den extremen abverkauf hier auf aktuell 91 53 seit jahresbeginn wird das noch mal ein bisschen deutlicher hier im peak waren also bei ungefähr 120 euro das heißt wir sind jetzt fast 30 euro günstiger vom wert her nike ist natürlich dementsprechend auch vom börsenwert her ungefähr 30 prozent weniger wert als noch davor auf fünf jahre sehen wir hier oben hatten wir auch mal ein peak bei 155 euro und wir schauen uns jetzt mal an ob nike aktuell kaufenswert ist weil nur weil unternehmen günstiger wird ist es ja noch lange nicht kaufenswert springen wir dazu in die finanzdaten rein können uns hier die ganzen umsätze mal ein bisschen zusammengefasst anschauen ich denke interessanter ist es hier wenn wir mal auf die statements schauen hier sehen wir nämlich den gesamtumsatz des unternehmens nach quartalen und hier sind eigentlich sehr sehr gut weil die ganzen quartals ergebnisse zumindest vom gesamt umsatz her waren immer positiver das heißt nike konnte die letzten sieben bis acht quartale die zahlen erhöhen das ist schon mal ein guter indikator der brutto gewinnen auch wenn er zuletzt wieder etwas geschrumpft ist ist immer noch besser als im vorjahr das ist auch gut das betriebsergebnis ist natürlich hier negativ und das ist auch etwas sehr kritischer zu bewerten wenn wir uns in den statistiken jetzt mal etwas anschauen kursgewinn verhältnis war bei nike immer relativ konstant zwischen 30 und 40 vielleicht hier im ersten oder im zweiten total 20 21 noch etwas höher das kursumsatzverhältnis ist aber gerade letzten wird alle deutlich runter kommen wir sind jetzt hier knapp unter drei knapp unter drei ja da steht hier derzeit das heißt die q1 zahlen sind noch nicht raus das heißt zum jahres ende 20 22 beziehungsweise zum mai wurden diese veröffentlicht aber die sind nicht ganz aktuell dementsprechend die bewertung hier etwas schwieriger wenn wir uns aber mal die rentabilität anschauen haben wir eine eigenkapital rentabilität von 35 prozent eine brutto marge von 42 prozent und eine netto gewinn marge von fünf prozent die schauen wir uns nacharbeiten anderen unternehmen auch noch an in der welle sehen dass gerade die netto gewinn marge ich je nachdem in welchem bereich das unternehmen tätig ist deutlich unterscheiden kann gut kommen wir mal zu den dividenden diesen bei nike in der vergangenheit wieder etwas gestiegen im jahr 2022 auf 1 euro 24 hier sehen wir auch wir haben einen quartalsschütter mit einfach nur regelmäßigen quartalsdividenden die dividendenrendite aktuell bei ungefähr 1,4 prozent allerdings ist auch immer ein interessantes thema die die aktie der lüsten schätzen aktien in der regel ja vorher ein und hier sehen wir auch was wurde denn geschätzt was wurde gemeldet und in der letzten zeit sehen wir bei nike eigentlich fast durchweg bessere ergebnisse als die die geschätzt wurden von den analysten und man sagen kann es nicht so gut oder es unternehmen einfach sehr gut dass hier im q4 2022 minimal schlechter war ja lassen weil das ganze mal unbewertet aber umsatz war es zumindest mal genauso aus der umsatz wir sehen hier die zahlen ist die letzten quartale wieder etwas zurückkommt zumindest mal hier vom hoch im q2 2022 ob es jetzt daran liegt dass im q2 mehr sportartikel gekauft wurden als im q4 kann man sich schnell bedingt vielleicht so sehen würden wir aber wenn wir uns das vorkrteil anschauen ja vielleicht nicht unbedingt so sehen der umsatz bei nike hier sieht man noch mal wie er sich zusammensetzt ist prinzipiell ein bisschen uninteressanter für uns denn alles ist im bereich sport mode kleidung zuzuordnen also haben wir hier die umsätze eigentlich immer aus dem gleichen bereich wenn wir uns die technische analyse anschauen dann müssen wir einmal von der deutschen börse weg springen auf die amerikanische da sehen wir hier bei der technik analyse jetzt relativ schlechte werte auf tages perform oder auf tages gap auf wochensicht und auch auf monatsicht haben wir hier eigentlich von allen indikatoren eine verkaufsempfehlung wenn wir uns das ganze jetzt bei der prognose nochmal hier bei der getex anschauen dann sehen wir dass es hier ähnlich aussieht wir haben hier an minimal ziel was negativ ist das ja ist natürlich immer nicht unbedingt gut wenn man die aktie investieren wollen wenn wir eine minimal negative rendite haben nach oben hin geht es bis 553 prozent das wäre als positiv zu bewerten also jetzt neigt der chat wie gesagt werden ausschüttungsrendite von 1,38 prozent das ist für uns im dividenden depot noch nicht unbedingt so gut und auch die aktie selbst hat momentan ja noch keinen wirklichen boden gefunden man könnte jetzt hier sagen im tief so bei 85 euro wo die aktie ja im oktober letztes jahr einmal schon war hört man erst tief einzeichnen und wir sind ganz ehrlich auch der meinung dass wir diese tief zumindest mal pi mal daumen noch mal sehen werden wir hatten hier im juli 20 schon mal tief von ungefähr 80 euro jetzt sind wir hier bei 84 euro gewesen aktuell bei 90 wir könnten jetzt in der linie einzeichnen würden sagen ja hier ungefähr bei 86 euro könnte das erste tief sehen werden wir würden auf jeden fall abwarten bis wir die aktie zu diesem tief hier nochmal sehen sprich ungefähr bei 85 zwischen 83 und 85 euro wäre unser einstiegspunkt mit dem kleinen aber wenn die aktie dadurch rauschen sollte dann würden wir hier auch nicht günstiger einkaufen denn dann haben wir wirklich dieses klassische fallende messer das nike momentan laufen könnte was dann natürlich interessant wäre wenn die aktie ist erstmal diese 83 euro wieder zurückerobert erobert und diese auch etwas nachhaltiger halten könnte dann würde es hier sinn machen sich zumindest mal eine halbe tranche ins depot zu legen dann ist die dividendenrendite auch etwas höher als 1,38 prozent ja das wäre so unsere idee hier für die nike aktie damit kommen wir mal zur zweiten aktie die zweite aktie t-row price group die frage t-row price haben vielleicht mehrere schon mal gehört aber vermutlich weiß niemand so ganz genau was das unternehmen macht t-row price ist ja vielleicht vergleichbar mit blackrock also ein vermögensverwaltungs dienstleister für private gelder oder auch institutionelle gelder das unternehmen selbst hat hier zumindest wenn man uns die sektoren anschauen ein etwas aktiveren ansatz das heißt hier wird das geld nicht unbedingt passiv in form von einem etf investiert sondern schon mit ja personen mit programmen die hier ein bisschen versuchen mehr rauszuholen dementsprechend ist es ganz natürlich aber auch etwas teurer wir haben ein unternehmen aus der auch den usa im bereich der finanzen mitarbeiterzahl ist knapp unter 8000 und der börsenwert ist wahrscheinlich auch interessant liegt aktuell bei ungefähr 23 milliarden euro ist also auch vom volumen her wesentlich kleiner als zum beispiel nike wenn wir uns das unternehmen hier im chart einmal anschauen sehen wir auch wir haben hier einen roten chart das heißt ähnlich wie bei nike war hier aktuell nicht unbedingt viel zu holen vielleicht ist der einjahres chart noch ein bisschen interessanter hier hatten wir wieder höchstpunkte vom 14 november zum beispiel von 127 euro pro aktie sind aktuell bei 102 euro pro aktie waren hier aber auch schon deutlich niedriger wenn uns mal auf fünf jahre anschauen es war jetzt hier in der finanzkrise bzw in der korona krise die finanzkrise war ein bisschen früher da waren wir schon bei 88 euro sind dann natürlich wieder hochgelaufen weil sich die märkte ja global generell erholt haben auf fast 200 euro und pendeln jetzt hier eigentlich schon etwas länger in diesem bereich um 100 bis 110 euro mit ein paar kleinen ausnahmen herum gut schauen wir uns mal hier ebenfalls die finanzdaten an statements hier wird es wieder interessanter gesamtumsatz der ist hier nicht so konstant wie bei nike das heißt hier hatten wir auch wirklich quartale mit einem negativen gesamtumsatz woran liegt das viele kundengelder wurden abgezogen umgeschichtet weil natürlich hier ja doch ein bisschen probleme gesehen wurden generell bei den finanzen das ganze steht dann auch nieder bei dem brutto gewinn beim betriebsergebnis das zieht sich eigentlich dann hier komplett auch durch nichtsdestotrotz haben wir hier im gesamtumsatz von 1,5 millionen euro also milliarden euro sind es in dem fall dann das ist definitiv nicht wenig schauen uns die statistiken mal etwas genauer an das kgv ist in den letzten quartalen zumindest im vergleich zu 2022 2021 wieder etwas gestiegen das kursumsatz verhältnis ist dafür gesunken das spricht jetzt entweder dafür dass der kurs gesunken ist oder der umsatz gestiegen ist bzw eigentlich fast andersrum aber hier im kv aktuell von 4 ist historisch nicht unbedingt günstig aber auch nicht teuer also mittelmaß wenn uns hier wieder die rentabilität anschauen dann haben wir hier unten die netto gewinnmarge bei fast 30 prozent jetzt kann man natürlich sagen vergleich zu nike war aus unternehmen wirtschaftet super viel geld ja es ist aber auch eine andere branche das heißt hier wird nicht wirklich mit physischen produkten gehandelt sondern eigentlich mit geldanlage wir wollen jetzt nicht digital nennen aber ich glaube ihr versteht was wir meinen hier wird nicht aktiv was physisches verkauft dementsprechend sollte hier die gewinnmarge gerade die netto gewinnmarge auch höher liegen gehen wir mal auf die dividenden und das ist sehr erfreulich denn hier ist die dividende in den letzten jahren doch deutlich eingestiegen wenn man 2017 mal anfangen von 1,90 pro aktie im jahr 2022 auf fast 4,50 pro aktie und die dividenden rendite ist auch aktuell bei knapp 4,5 prozent immer noch sehr attraktiv zumindest mal wenn wir uns die player in diesem markt in diesem finanzmarsch mit zb in der blackrock vergleichen dann passt das ganze wir haben hier prinzipiell auch ein quartalszahler wenn ihr euch beeilt und die aktie kaufen wollt was wir uns später mal anschauen ob das ganze aktuell sinn macht ist der extra der dividende der 14.9 das heißt wenn ihr die aktie zu diesem zeitpunkt im depot habt dann seid ihr hier auch schon ende september dividenden berechtigt und die earnings und der umsatz die gewinne der aktie sind meistens grob so ausgefallen wie die analysten geschätzt haben hier im q2 mal etwas höher ist das ganze jetzt aussagekräftig vermutlich weniger der umsatz ist auch relativ konstant aber schauen wir uns noch die absoluten zahlen an und da sehen wir dass der umsatz hier unten unterm strich wenn wir das ganze jetzt mal ein bisschen aufbereinigen und vielleicht so die peaks da rauslassen etwas rückläufiger ist beim gewinn sieht es ähnlich aus das heißt hier müssen wir wirklich abwarten in welche richtung das ganze geht und das sehen wir nachher auch noch mal am chart das unternehmen aufgrund der gewinn und umsatzlage auch mit etwas abgestraft wurde hier die bereiche können wir uns nochmal angucken das prinzipiell alles kapital kapitalgeschäfte aus den usa dementsprechend schauen wir uns auch hier noch mal die technische analyse an hier springen wir mal wieder auf die amerikanische börse technische analyse genau und hier sehen wir ebenfalls wieder auf tagessicht wochensicht und monatsicht dass die ganzen indikatoren eigentlich wieder auf verkauf stehen das bringt uns auch zu dem ähnlichen fazit nachher über nike dass wir hier maximal mit ein bisschen abstand zum aktuellen kurs einsteigen würden und hier auch die schätzungen zeigen es an das maximalsteel ist zwar leicht positiv aber alle anderen ziele liegende aktuell drunter einfach direkt jetzt mal zum chart und schauen uns mal an was wir mit dem unternehmen aktuell machen würden wir hatten es eben schon mal gesehen wir kommen vom peak von 191 euro aktuell zurück auf 100 euro natürlich haben wir hier und schon versucht etwas zu stabilisieren aber die umsatzzahlen und co ja sind momentan einfach etwas erfraglich zu bewerten dazu kommt dass wir hier im märz 2020 auch noch mal ein deutlicheres tief hatten das ganze wurde hier auch im vorfeld 2018 schon mal getestet das lag ungefähr bei der hat zwischen 75 und 78 euro das ist natürlich jetzt ein sehr sehr großer gap dahin und so lange würden wir auch nicht warten wir würden entweder warten und das haben wir zwei mögliche funktionen die wir hier bevorzugen würden zu sehen wenn die aktie hier einen ganz starken boden ausbildet momentan sieht es etwas danach aus aber natürlich in dieser range muss man da einfach mal schauen das ist noch keine ganz klassische bodenbildung unserer meinung das heißt wenn wir hier die nächsten wochen ein boden sehen vielleicht auch gute zum news unternehmen hören dann kann man hier mit einer kleinen ersten tranche da würden wir jetzt maximal mit 25 prozent eine position eröffnen auch wenn das natürlich nicht zu unserer philosophie bei uns im depot aktuell passt ja aber ansonsten macht es aktuell hier wenig sinn in eine aktie zu steigen einzusteigen die von den kennenzahlen her nicht so gut ist die aktuell auch nicht genau weiß wo sie hin will ansonsten könnte man hier theoretisch tiefere kurse ansehen das heißt wenn wir hier die 95 euro einmal hatten können wir ein bisschen runter springen auf 90 euro hier sehen wir auch schon in dem bereich das ist jetzt nicht mehr wirklich signifikant für die zeit in der wir aktuell sind aber kurse um 90 euro werden noch mal interessant ansteigt natürlich auch wieder die dividendenrendite aber aktuell ja müssen wir hier einfach mal schauen wir werden tierpreis auf jeden fall näher beobachten weil wir hier in einem spannenden bereich sind das ist auch der hauptgrund warum die aktie auf der watchlist ist und natürlich weil die dividendenrendite ebenfalls wieder bei 4,5 prozent liegt also kein grund unsolides unternehmen aber einfach ein abwartekandidat und jetzt wo wir bei den 4,45 prozent waren springen wir mal zu einer aktie die dividendenrendite von 4,45 prozent mehr als verdoppelt es ist alles kapitel bevor wir hier aber genauer reinspringen das unternehmen hat zwar eine dividendenrendite von fast 10 prozent aber eine hohe dividendenrendite ist niemals einer der hauptgründe warum man eine aktie kaufen will denn die dividende geht ja vom kurs ab also linke tasche rechte tasche macht nicht unbedingt viel sinn dementsprechend auch hier der generelle hinweis alle aktien auf diesem kanal auf dem video oder auch in dem depot sind keine anlageberatung also bitte pass auf dein geld auf mach dir deine eigenen gedanken und wenn du zur entscheidung kommst eine aktie zu kaufen dann ist das in ordnung aber betrachte uns hier bitte nur als inspiration und nicht als jemand der dir eine ganz konkrete handlungsempfehlung gibt denn auch wir haben keine glaskugel haben das thema nicht irgendwie 24 7 auf der agenda dementsprechend nur unsere meinung also springen wir rein wir haben die wir aktuell von knapp unter zehn prozent bei einem bdc ein bdc eine business development company ist quasi ein finanzierer von ja teilweise kleinen oder mittelgroßen unternehmen bei aris capital sind es mittelgroße ist tatsächlich auch größer unternehmen auch wieder in den usa das heißt hier gibt es finanzierung finanzierungen also ebenfalls der bereich die branche der finanzen sind wieder von den zinsen etwas abhängig momentan steigen ja die zinsen das ist für bdc grundsätzlich nicht schlecht denn wenn die zinsen an banken steigen werden alternative finanzierungsquellen in der regel interessant jetzt muss man natürlich auch bei bdc immer darauf achten was passiert denn wenn die zinsen an plateau erreicht haben wenn die leitzinsen wieder etwas runterfallen wie entwickelt sich das geschäft dementsprechend schauen wir jetzt hier erstmal wieder auf die ganzen kennzahlen und werfen am ende nochmal einen blick auf die generellen finanzierungs auf die zinsen wir haben hier unternehmen aus den usa mitarbeiterzahl 2500 ein börsenwert von 10 milliarden euro und wie erwähnt ein bdc mit einer dividendenrendite von 10 prozent wir sind hier direkt im bereich der kennenzahlen das heißt kgf aktuell bei 12 das kgf ist im vergleich der letzten quartale etwas höher klar werden hier auch schon höhere kurse aber es ist eigentlich auch wirklich gerechtfertigt ähnlich sieht es beim kuf aus das unternehmen hat die letzten quartale eigentlich sehr sehr gute zahlen gemeldet rentabilität und jetzt wird es interessant denn wir haben eine netto gewinnmarge von fast 60 prozent und 60 prozent netto gewinnmarge mit einem eigenkapitalrendite von 9 prozent sind definitiv schon ja gehören auf jeden fall zu den besten in diesem bereich beziehungsweise generell in nahezu allen bereichen 60 prozent netto gewinnmarge das sieht man tatsächlich nicht so häufig also erstmal ein pluspunkt springen wir auf die dividenden die dividendenrendite 10 prozent das heißt absolute höhe 1,75 euro im jahr 2022 ebenfalls sehen wir hier unten auch relativ schön dass wir nicht nur die quartalsdividenden hier bekommen haben sondern auch regelmäßige spezialdividenden die hier tatsächlich schon in der letzten zeit fast dazugehören ebenfalls der hinweis wenn du die aktie bis zum 14 neunten im depot hast bist du auch hier im september schon dividendenberechtigt bei nike das hat man da nicht erwähnt ist der abschlag schon am ersten neunten das heißt wenn du die aktie dann im depot hast du hier ebenfalls eine dividende also dividenden kennzahlen den ebenfalls erstmal soweit gut aus kommen wir hier zum gewinn beziehungsweise zum umsatz des unternehmens jetzt schauen wir erstmal wieder auf die absoluten zahlen und die passen so weit wir haben natürlich keine rakete die jedes quartal die zahlen nach oben korrigiert aber wir haben hier relativ konstante gewinn zahlen die sich auch mit analisten relativ gut decken beim umsatz sieht es ähnlich aus beziehungsweise fast etwas besser sogar denn die umsätze würden wir hier sagen die werden gesteigert wir haben immer ein bisschen spielraum das heißt umsätze gehen nach oben wenn die umsätze nach oben gehen dann kann das unternehmen langfristig auch die gewinnerwartung erhöhen wir haben hier wie das geschäft in den usa wir haben hier wieder relativ konstant einen einzigen bereich das ist soweit in ordnung die technologie überspringen wir hier die schauen wir uns gemeinsam an fangen wir mal zu der prognose prognose ist wieder schön zu sehen dass hier alle zahlen über den derzeitigen kurs sehen sind wir die analysten ratings sind auf einem starken kauf und das ganze deckt sich momentan wirklich bei uns grundsätzlich mit allen daten die wir gefunden haben wir haben keine rakete zehn prozent dividenden rendite sind immer erst mal ein vorsichtsmerkmal aber bei aras capital ist das einzige was wir aufgrund der kennzahlen sehen könnten der payout also die ausschüttung auf dem free cash flow die liegt leicht bei über 100 prozent das müssen wir hier auch noch mal sehen 118 ja wir sind auch 114 gestoßen bei der recherche die ist etwas höher natürlich bdc und reads schütten generell nahe 100 prozent aus jetzt liegen wir hier leicht drüber aber das sehen wir jetzt hier nicht mal als roten punkt beziehungsweise als krassen kritikpunkt denn es war historisch auch öfter mal so die dividende wurde jetzt hier seit zwei jahren wieder ein bisschen gesteigert seit zwölf jahren nicht gesenkt zeit das unternehmen weiß eigentlich was macht und payout auf dem gewinn liegt bei der zwischen 80 und 87 prozent das heißt hier müssen wir schauen aber im endeffekt ein solide aufgestelltes unternehmen zumindest mit den kennzahlen die wir uns angeschaut haben jetzt ist die frage das spannende unternehmen wahrscheinlich auf der watchlist wann würden wir hier einsteigen jetzt hat man eben beim kgv gesehen dass wir hier etwas früher gelaufen sind das sind wir auch wir haben uns hier aber auch einer relativ starken und sauberen boden bildung schon mal versucht das ganze sieht für uns deutlich besser aus als beispiel bei tiro preis das heißt hier kurse zwischen 16 euro 20 beziehungsweise eigentlich ziemlich genau 16 euro 20 hier sind wir einmal zweimal dreimal in der vergangenheit auch schon ein paar mal hängen geblieben natürlich schon ein paar jahre her aber bei 16 euro 20 würden wir uns überlegen ob wir aris capital mit einer nahezu vollständigen positionsgröße aufnehmen wir haben jetzt keinen roten punkt gefunden wenn du andere meinung bist dann lass es gerne mal für uns und für die community in den kommentaren da aber aktuell kann man hier einsteigen wenn man aktuell schon einsteigen will bei dem kurs von 17 euro 85 würden wir vielleicht wieder so mit einer halben positionsgröße einsteigen sprich mit 50 prozent von der summe die du investieren willst die anderen 50 prozent kannst du dir für ein ein jahr laufenden sparten aufteilen wenn wir die kurse von 16 euro 20 anlaufen würden wir den spart dann vermutlich pausieren beenden und die rest summe dann einmal in die aktie investieren vielleicht zu dem zeitpunkt auch noch mal die news checken vielleicht gibt es ja auch news die den kurs abfall begründet haben die dann ist natürlich eine andere sache wenn die news soweit positiv bleiben und sind gerade auch in bezug auf die zinsen dann kann man hier bei 16 euro 20 und zwar mal nach einsteigen kann natürlich sein dass es dann weiter nach unten geht wir haben das ganze hier in corona in corona tief gesehen dass wir auch mal bei ungefähr sieben euro waren beziehungsweise vielleicht hier mal acht euro also schon mal 50 prozent korrektur dementsprechend ist es keine anlage empfehlung hier aber so würden wir das ganze machen 16 euro 20 wäre unser kurs und die leitzinsen um vielleicht da auch noch was zu sagen die leitzinsen glauben wir zumindest mal nicht dass sich die in den nächsten ja neun monaten signifikant reduzieren wenn sie nicht sogar noch weiter steigen also wir glauben jetzt mal dass wir hier zumindest mal für ungefähr ein jahr nach relativ konstantes plateau sehen könnten und dementsprechend würden wir hier vermutlich im nächsten jahr auch zins sorgen ein bisschen ausklammern können wenn dann die ersten zins reduzieren anschauen als durchgeführt werden von den notenbanken müssen wir hier einfach noch mal etwas genauer hinschauen das ist jetzt aber ungefähr ein jahr vorher zumindest so mit unserem zeitstrahl definitiv noch zu früh gut das waren die drei aktien das video ging etwas länger als erwartet wir hoffen du konntest trotzdem was mitnehmen lass uns gerne wissen ob du eine von den aktien schon im depot hast beziehungsweise dir ebenfalls auf die watchlist legst wenn du einsteigen solltest wenn du die aktie verkaufen willst oder wenn du irgendwie wünsche anregungen zu den einzelnen aktien zu dem format hast dann ab in die kommentare und denk noch mal an simon den millionär wenn du das wissen willst was da passiert ist dann unter dem video wenn kleine warten mitglied werden er könnte für dich interessant sein damit vielen dank für deinen support wir sehen uns im nächsten video